ich hoffe es ist nicht ganz laut, ich hoffe es mal Oh nein, eine verdeckte Karte Machen wir mal so Ich muss mal noch mal so ein bisschen lauter drehen, warum alles gerade ist So, die habe ich ja hier gar nicht Okay, dann müssen wir Da muss ich noch ein bisschen lauter drehen Oh nein, ich bin okay So Ich kriegst noch ein paar Leute aus dem Arsch Machen wir mal so Man setzt einfach die Batterienfallschirm rein Kann ich gerade nicht aktivieren, kann ich auch nicht aktivieren Okay, ich mach das mal so Hast du was dagegen? Nützt eh nix So So Okay Antike Drache Äh, antiker Drache Ups Boah, scheiße Richtig kacke Okay, das wird so Na Nein Nein Erst noch mit denen, nur Sicherheitsalber Leck mich Du hattest Was hast du denn alles für'n Kack in der Hand Ich kenne schon mal den Kackaball Ach, schöne Karten Oh, ah, Marshmallow ist sogar dabei Hat irgendwie auch nix genutzt, ne, auch wenn du so ein neues Blatt hast Aua So Ähm Kann das mal schön sein Ja, aha Immer schön Marshmallow, ne Was opfere ich denn jetzt Dich opfere ich Und Dich Nein Nee Nee So müsste es eigentlich dann gehen Okay Okay Perfekt Gut Und Was mach ich jetzt Okay Okay Ich könnte dich jetzt Ich könnte dich jetzt eigentlich auch angreifen, aber Sicherheit geht vor Safety is number one Priority Ne Ja Was auch immer das heißt Oh nein Geile Mucker Da muss ich lauter machen Das ist nicht gut Das ist nicht gut sein Egal Ich weiß was Marshmallow da drunken, ich weiß es Hoch Achso Achso Hier ist es Ich kann zu dem Kreativ Katastrophisch Spaß Aber egal Da war wieder nur Kacke in der Hand, ey. Fuck. Ach, kack. Ich denke, ich habe gewonnen. Ja, ich glaube auch. Mal gucken, wie es weitergeht. Ah, ich habe jetzt zwei von den Tichern. So. Auch gut. Das ist ein bisschen schwer gerade, ne? So gerade, ne? Lieber Mr. Game Talk, langweil dich gerade ein bisschen. Sehe ich gerade. Ist ja vor mir. Ha? Langweilst du dich gerade ein bisschen? Und aktiviere ich mal. Jam on, let's play. Oh, sorry. Und EP. Okay. Oh, Tager. Oh, Tager. Nein. Naja, ich habe selbst, ja. Ich habe selbst auch magische Zillen noch bei mir, ne? Ich weiß, deswegen habe ich auf mich angegriffen. Konnte ich sogar. Ohne ist die Aufnahme fertig? Nein, noch nicht. Ähm, ich habe noch bei mir Zauberer der dunklen Magie noch bei mir gehabt. Aber die konnte ich nicht setzen, weil keine Normalbeschwörung und so weiter. Und die Folge nenne ich zum Beispiel jetzt mal lange, genau, lange, lange Weile, lange Weile im Match. Oder so. Kommt drauf an, wie ich es noch merken kann. Mhm. Jo. So. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen, dieser Part. Wäre ich euch noch einen schönen Tag und, oder schönen Abend, wie auch immer. Ja, ähm, zur Verabschluss. Oh, guck, du möchtest, nein, mal bei mir. Oh Gott, mir ist noch nie passiert. Ähm, und, schau, wünsche ich euch noch schöne Ferien und bis zum nächsten Mal. Oh, mal, und bebapo. Hm, hm. Hm, genau, hm, ciao. Ciao, Leute. Also, die Übersteuerung, äh, kann allübersteuern, äh, kann allübersteuern, äh, äh, okay. ob wir so vor wie ein das Schiff geht. Und das Problem ist, mir haben wir einig. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schaut auf meinen Kanal an. Während der Abzipl 어려ucht sich, weil ja gatherings . Ja. 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 Ah!